Können wir machen? Schnickstack? Der Gewinner fängt an? Ja. Schnick, schnick, schnick. Okay. Das ist pure Anspannung hier. Atlantis. Deutschland kommt nur in Europa. Amerika? Wer hat die erste? Wo ist die andere erste? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Olympische Lyon? Ich kann mich nicht. Was ist das für Tampi? Das ist für Tampi. Wie viele Champions sind für Tampi in der letzten Woche? Das ist eine andere. Zehn? Ich habe das für die Zehn. Rom? Wie viele haben die Tampi in der letzten Woche? Sieben? Wie viele Tampi in der letzten Woche? Zwölf? Wichtiges Baustell ist mehr als 7.000 verschiedene Nachgeschichte. Falsch. Vier? Das ist ihre Zollgebäude. Was ist die größte? Leider? Ich habe die Nachricht am Chancen in der letzten Woche. Frau Wars. Wie ist die schnick, sind die Nachricht auf der letzten Woche? Pff! Erdschlüge. Vier. Was begann? Friends. Eine Serie, ja. Ja. Äh, 2020. Soll ich es so lange warten? Ja. Äh, Russland. Wo ist das? Keine Ahnung. Das ist ja, äh, aktuell, eine Worte von Spide. Oh, ne, weiß ich auch nicht. Spide-Man war, wo die Seekommels. Die Seekommels? Okay. Ähm, nein, alles war nicht in der Worte. Grizzly. Ähm, which is the name is much properly in Germany? Angela Merkel. Nein, nein. Ach du, Merkel. Nein, was der beliebteste Nachnamen? Ach so. Ich sagte, welche Person? Müller. Sehr gut. Ja, ha, 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 ha. Welche Dutch-Sprache ist? Nichts mit C. Ja, ich kann nicht so. Boah. Er? Sehr gut. Oh, krass. What is the Latin American? Brasilien? Ähm, Peking? Who is the one to listen to? Oh, Ed Sheeran? Das ist pure Anspannung hier. Oh, okay. So, ich würde sagen, es ist ein zweitwöchster Stadion. München? Hamburg? Who is the Spanish? Who is the Spanish? Who is the Spanish? Who is the Spanish? Yeah, wie heißen die englische Bär? Was ist das mit Pornikarten? Ne, wo hat er noch so ein bisschen gegründet? Die Beatles! Mann, die, die über den Bürgerstreit gelaufen sind. Ja, cool. Wie fiel es nur nicht ein? Nein. Wie füchst du denn es? In dem originalen European-Captions-Ding? 11. Ja! Dörter Buchstabe ist links von V. Oh! 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 Das ist im Alphabet. Ich glaube. B. B. A, B, Q. Schweden. B. 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 Anna. Wow! Gott sei Dank hat sie mir nicht so. Ja! Ja! B. B.